Für Elliot Page ist es wohl ein weiterer Meilenstein seit seinem Coming Out als Transgender. Der Schauspieler hat ein neues Foto für seinen Pass machen lassen und teilt es stolz auf Instagram. Zu dem Porträt schreibt er, ich hätte nie gedacht, dass ich ein Passbild lieben würde. Den Fans des Stars scheint es ähnlich zu gehen. Inzwischen hat das Foto schon über eine Million Likes. Seine Kolleginnen und Kollegen gratulieren Page zu der gelungenen Aufnahme. Das beste Passfoto, das ich je gesehen habe, schreibt The Handmaid's Tale-Regisseurin Reed Morano. Bella Thorne kommentiert das Bild mit einem Flammen-Emoji und einem Smiley mit Herzaugen. Page hatte 2020 öffentlich gemacht, Transgender zu sein. In einem Statement erklärt der Oscar-nominierte Schauspieler, ich kann gar nicht ausdrücken, wie außergewöhnlich es sich anfühlt, mich endlich so zu lieben, wie ich bin und nach meinem authentischen Selbst zu streben.